Hallihallo Leute heute geht es um Battlefield Funny Win Fails Best Geiles Scheiß Clip Moments in den Wins oder Fails lustige Momente vielleicht fast schon traurige Momente vorkommen oder auch einfach mal dumme Party Chats mit sehr außergewöhnlichen Themen zu den Party Chats man hört nur mich da das so bei PlayStation 4 ist nein nein dann habe ich jetzt doch gekillt oder was 3 Oh man wie zum Okay Dahm carried und deeper data did to be better ein das trend daarle data arm hoffentlich ist es in der aufnahme drin da haben drei leute geschimmelt ich habe mit der punkte Insohn so ein Nudel-Eintopf mit so einem Fleischbällchen komplett neigehauen. Ahaha! Alle lass bitte das Boot! Ich will das Boot bitte mit den Geschützten! Nein! In dem Ernst! Ahaha! Oh! Das war's! Naja, ich habe jetzt... Ich habe jetzt seit gestern Herbes... ...und die holt einfach alle weg! Ahaha! Oh Gott! Ah! Fahrwerk! Stell dir vor, du machst so einen Militärwagen oder du machst so ein Sportfahrwerk und so nahe und dann bei jedem Hügel ewig... Ah! Das Fahrwerk! Das Fahrwerk! Ach, männisch! Okay! Jetzt müsste eine Welle kommen, dass wir Deckung haben! Alter! Ja genau! Genau so! Alter! Ja! Ahaha! What the fuck! What the fuck! Ich schaff's! Ich schaff's! Ich schaff's! Ich schaff's! Ich schaff's! Ja! Oh Gott! Jetzt hol ich alles weg! Jetzt hol ich alles weg! Jetzt hol ich alles weg! Du hast mich erledigt, oder? Das war's! Das war's schon wieder mit dem ersten Part! Wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch! Wenn ihr mehr wollt, schreibt's in die Comments und lasst natürlich ein Abo da! Man sieht sich! Ciao!